Es geht weiter! Genau, es geht weiter. Jetzt wird alles viel, viel besser als je zuvor. Ja. Und mir ist eben der Chatred die ganze Zeit von Big Brother... Big Brother! Raggy, my brother! Von Big Brother und mir ist eben was eingefallen. Ich habe eine Staffel Big Brother geguckt. Das muss 2002 oder 2003 oder 2004 gewesen sein. Das war Big Brother The Battle. Und... So hieß es, glaube ich, die Staffel. War das erste Mal, dass es diese Trennung zwischen Reich und Arm dort gab. War das dann Staffel 4? Weiß ich gar nicht. Vielleicht. Oder 5? Vielleicht. Eher 4 als 5. Auf jeden Fall gab es da einen, der mitgemacht hat. Der hieß Ulf und hatte eine Glatze. Und war auch sonst von eher mäßigem Verstand. Und... Was ist was? Sie wollte gerade irgendwie nicht bis ganz nach unten klettern. Und es war dieser Ulf. Dieser Ulf. Dieser Stereotyp, den er dargestellt hat, der mich dazu bewogen hat, meinen Skyrim-Requiem-Charakter Den kenne ich. Charakter zu benennen. Jetzt fällt es mir ein. Den kenne ich. Den kenne ich. Film-Charakter Ulf. Nur hab ich dem einen Bart verpasst, weil ich muss an der Stelle ganz ehrlich sein, wenn man schon eine Glatze hat, sieht ein Bart immer cooler aus. Ja. Als ohne Bart. Ist aber nur meine Meinung. So. Wir gehen ganz vorsichtig an den Rand. Und? Ja. Da funktioniert es halt noch mit einem normalen Sprung. Und zwar genau so. So oder so? Eher so. Das passiert nämlich. Jetzt musst du mir nochmal kurz sagen, wie ging der kurze Sprung? Du musst die Gentaste gedrückt halten. Okay. Während du springst. Aber das brauchen wir ja jetzt nicht. Äh. Warte, ob. Was ist denn hier der richtige? Da noch nicht. Da brauchen wir den noch nicht. So? Ich würde eher nach hinten. Also. So. Ja. Gut. Und jetzt. Da brauchst du ihn auch noch nicht. Aber ab da brauchst du ihn. Gedrückt halten. Ja. Janikin Skywalker mag Glatze nicht. Es gibt aber Männer, die haben da irgendwie keine Wahl. Ja. Weil die haben da halt die Wahl zwischen Glatze und Tonsur. Und dann finde ich Glatze irgendwie besser. Auf jeden Fall. Da musst du dich jetzt runterlassen. Glaube ich. Erstmal sicher gehen. Ja. Die TH3 Challenge. Bei 10 Toten in 3 Stunden streamen muss Markus sich eine Glatze rasieren. Äh. Nein. Ich kann verhandeln, dass ich mir den Bart abrasiere. Ja. Das wäre mal lustig. Aber. So als, wenn ich mal ultimativ faile. Irgendwas kann man da machen. Aber das mit der Glatze, das sage ich einfach nein. Das kommt noch früh genug. Das kommt dann, wenn ich einen riesen Charity Stream mache. Weißt du, da kann man sowas bringen. Aber einfach so in einem Random Stream. Nein. Und zu der Tomb Raider 3 Challenge bin ich mir ja noch die Regeln am überlegen. Ein Donald Trump-Trupee. Ja. Ist auch eine gute Idee. Janneken Skywalker hat geschrieben. Ja. Das steht außer Frage. Aber freiwillig, wenn man ein gutes Haar hat. Ne, ne. Ja. Also, wenn man ein gutes Haar hat, finde ich Glatze... Es sei denn, es ist halt beruflich bedingt, ne. Was meinst du? Wo halt Glatze... Das hatten wir doch schon mal, das Thema. Ach ja. Wo halt Glatze einfach entweder hygienisch, als Chirurg zum Beispiel, oder halt beim Militär auch hygienisch letzten Endes besser ist. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich Chirurgen nicht unbedingt eine Glatze brauchen. Nein, die haben ja ihr Hütchen. Genau. Die haben ja ihr Hütchen. Das stimmt schon. Vielleicht Sportler? Hilft das irgendwem? Ich weiß es nicht. Nö, es ist halt... Ich denke, das ist halt eher so eine Bequemlichkeitssache. Ja. Wo müssen wir denn hin? Ich habe leider wieder nicht aufgepasst, was der Hebel macht. Ähm, du musst einfach nur dem Weg aus den Sprungplattformen folgen. Der Hebel hat... Das war eigentlich wunderschön animiert. Der Hebel hat die Sprungplattformphasen halt umgekehrt irgendwie. Einige sind reingefahren worden, andere kamen raus. Das sah sehr cool aus. So Uhrwerk mäßig. Dafür könnte ich sie schon wieder hassen. Nicht so. Er sagt, also tun wir eine 3-Challenge. Wenn Marco mehr als 3-mal stirbt in 10 Stunden streamen, muss ich Marta eine Glatze rasieren. Nein. Ja, das... Äh, Moment. Nein. Nein. Das habe ich nie gesagt. Und es schreibt jemand was. Und zwar... Umi Old. Er schreibt, Tates Gaming hat kein gutes Haar. Ne. Also du hast wirklich sehr dickes und sehr schönes Haar, aber leider... Nicht sehr viel davon. Ja. Genetik und so. Äh. Es gibt auch Leute, die mit Glatze nicht so schlimm aussehen. Genau. Also es gibt Leute, denen steht Glatze am besten. Nur ich kenne keinen. Also... Frag mich grad, wie Hitman ohne Glatze aussehe. Oh, Walter White. Ja, dem hat das gut gestanden. Dem hat das mega gut gestanden. Also in Breaking Bad, Walter White mit seiner Glatze und dann noch dieser Bart, den ich auch mal ganz kurz hatte. Den ich aber dann... Da musst du hoch. Den ich dann aber gelassen habe, weil der sieht so ernst aus. Ich finde Leute mit diesem Bart, dem Walter-White-Bart, sehen immer so ernst aus. Das passt irgendwie nicht. Hells Angels halt. Hallo, Yenani. Ein bisschen was hast du verpasst, glaube ich. Ich weiß nicht, wie lange du schon weg bist, leider. Mhm. Okay, Genekin fand, äh, Walter mit Haar auch besser. Aber er sah schon mehr Bandes aus. Es hat halt einfach viel, viel besser zu der... zu seiner Phase in der Serie gepasst. Ja. Das ist einfach so eine gute Stark-Bart-Serie. Äh, so eine... Stark-Bart-Serie. Ich hab wieder den Chat währenddessen gelesen. Jean-Luc Picard ist einfach so eine gute Serie. Hat sich jetzt wieder die... haben sich jetzt wieder die Plattformen geändert durch den Hebel? Äh, nein. Du musst nur darunter... wieder. Ah, und dann ist unten die Klappe offen. Genau. Boah. So der kurze Sprung dürfte das sein. Mhm. Den hast du ja jetzt schon mal gemacht. Ich weiß, wie er geht. Okay. I am the one who knocks. Tony Stark-Bart. Ja, der steht ihm auch sehr gut. Alter, hast du das gesehen? Das hab ich eben auch so gemacht. Er hat nicht nur warten können, aber ich hab's vergessen. Naja, ich hab halt nur gesehen, wie sie abrutschen und dann noch schnell die Taste gedrückt. Hier normal springen, oder? Sieht so aus, wirkt so. Und tut mir leid, wenn ich langsam spiele, aber ich spiele lieber langsam, als dass wir jetzt alles nochmal machen müssen. Welche Frisur würde denn zu Marcos aktueller Phase passen? Ich weiß es nicht. Dreadlocks für Marco. Dade. Dade, Dade. Also ich werde ja jetzt, äh, Mafia-Stream-Baron. Und insofern würde ich sagen, ich brauche Dreads. Okay. Nein. Wer hat denn was vom Kopf gerätet? Ach nee. Hast du das grad gesagt oder hat das weggeschrieben? Was hab ich grad gesagt? Das war, das war Freta. Das war Freta. Also, es gibt Momente, da solltest du nicht gehen. Und das ist, wenn dich ein böser Ritter verfolgt. Ein böser Ritter verfolgt mich? Oh nein. Ich mag diese langen Biker-Bärte. Ich nicht, so. Ich würde so gern speichern. Ich stelle mir immer so vor, wenn die irgendwo mal in der Zelle sind, ohne Essen und Trinken, können sie sich da wahrscheinlich noch für Monate was rausziehen. Ich werde stärker. Fick dich, Laura. Das ist nämlich so lustig. Diese Stelle hier im Spiel. Äh. Wenn du jetzt diese Tür nicht geöffnet hättest, wärst du an einer anderen Tür gescheitert, die fünf Meter weiter weg ist. Dann hättest du zurück müssen zu dieser, damit du bloß die Schrotflinte findest. Da. Erst dann wechselt die Phase. Sie steht da nach... Steht sie nicht sogar... Nee, da. Diese Tür kriegt sie da nicht auf. Oh Mann. Jetzt rechtshebel. Rechtshebel. Beim nächsten Stream Friteusentausch. Nein. Äh. Frisurentausch. Friteusentausch. Marco mit Schweineschwänzchen. Da steht Matter. Du hast jetzt schon so oft deinen Namen gelesen, anstatt meinen. In den letzten Streams und so. Du bist so ein scheiß Egozentriker. Quatsch. Das ist leider kein neues Level, Janikin. Links oder rechts ist, wie gesagt, ein Hebel. Der ist wichtig, weil sonst läufst du da einmal durch und da reichst nichts. Musst wieder zurück. Marco, könntest du mal kurz ausnüchtern, bitte? Was ist denn mein Problem? Mhm. Eigentlich ist gerade gar nichts das Problem. E.O.D. möchte nur stänkern. Das macht er nämlich gern. Marco, was hältst du von einem Affe? So stark wie Lara es ist, muss sie ja wie ein Bodybuilder aussehen. Wir haben hier mein Top Ten Video von Bodybuildern gesehen. Ich weiß nicht, wie ich hier am besten durchgehe. Hm. Wird man vergiftet oder kriegt man nur Schaden? Kriegt man nur Schaden, oder? Ich bin halt eben gehüpft und wurde nicht getroffen. Gehüpft? Ja. Ich geh jetzt extra langsam, damit ich nicht da drin sterbe. Okay, wie, 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 wie das jetzt? Äh. Riechen? Das reicht ja irgendwie nicht. Wahrscheinlich Kopfprung. Ich weiß nicht, wie der geht in AOD. Die Stacheln machen auf jeden Fall One-Hit. Okay. Äh, in AOD ist das die Sprinten-Taste und dann, also auch die Gucken-Taste und dann Springen. Mhm. Die Sprinten-Taste? Was? Die Sprinten-Taste gucken und dann springen? Was ist denn die Sprinten-Taste? Ich hab das, glaub ich, neu belegt. Ich muss nachschauen. Oder einfach mit einem normalen Sprung, wenn die U-Bahn beiden weg sind. Und das könnte auch gehen. Mhm. Äh, Sprinten ist, hab ich auf C gesetzt. Rückwärts-Salto, sagt Shadowman. Der ist hoch. Stimmt. Der ist wirklich hoch. Ich weiß nicht, wie weit ich vorgehen kann. Ich hab Angst. Wir müssen's probieren, oder? Okay. Zack. Wir haben halt echt lange nicht gespeichert und ich hab Angst. Aber wir machen's hier jetzt nochmal genauso. Du bist jetzt weiter weg. Mhm. Und? Hui! Das klappt gut. Danke, Shadowman. Aber die Tür ist halt zu, weil man muss das Ganze auf Zeit machen. Also du musst jetzt wieder zurück. Ach, scheiße. Ja. Wie gemein ist denn das bitte? Ohne Speichern auf Zeit? Das schaffen wir doch nie im Leben. Tja. Äh. Du musst durchlaufen und immer im Takt drüber springen. Easy. Sagen sie doch. Ihr könnt mich mal. Einschalten. Easy. Ja. Weil wir ja auch nicht vorher noch eine halbe Stunde diesen ganzen Plattform-Scheiß nicht gespeichert haben. So. Äh. Das ist die Challenge. Die Challenge, Alter. Ja. Ja, jetzt kannst du aber natürlich noch auf Sicherheit gehen. Die Idee war gut. Aber Lilis Arme waren zu kurz. Mhm. So lange sterben, bis ihr wieder das Speichern erwürfelt. Theoretisch wäre das eigentlich ein Takt. Ja. Ich würde nur jetzt gerne hier speichern. Mhm. Das Problem ist halt, wenn man einmal, wenn man einmal getroffen wird, dann, ähm, wenn man einmal getroffen wird, dann hat man halt das Problem, dass man sofort nicht mehr richtig laufen kann. Ich weiß nicht, liegt das auch an dem... Hm, das kann gut sein. Boah. Eigentlich ist der ja eine Extra-Challenge. Hm, ich hatte halt erst gedacht, der würde uns helfen, aber... Kommt erst mal das ganze Salz. Mhm. Für die Wunden. Ah, Roffel XDDDDD. So, wir müssen erst mal würfeln, ne? Ja. Würfeln! Eine Fünf. Das war's nochmal. Einen Satz vortragen. Nur für euch exklusiv. Aus Charles Dickens. Große Erwartungen. Die hatten wir auch. Aber jetzt nicht mehr. Das reicht eigentlich schon. Seite 230. Ja. 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 Es gibt keine Seite 230. Doch. Die letzte Seite. Wir wechselten die Pferde abermals und nochmals und dann war es zu spät und zu weit zum Umkehren und ich fuhr weiter. Das passt gerade perfekt zu dem, was wir hier tun. Oder? Schön. Aber da kann man jetzt schwer was spielen. Aber es hat einfach thematisch gerade sehr gut gepasst. Ich finde, das reicht schon. Mhm. Äh. Na, habt ihr alle auch Bock, das Ganze nochmal zu sehen? Das ist halt so eine dröge Stelle hier mit diesen Dingern. Äh. Dröge. Kaldröge. Straufsaufen. Wir müssen den Strauß saufen. Die Typen machen auch gar nichts, oder? Nee, der trifft nicht. Also selbst wenn man stehen bleibt, der haut immer daneben. Das habe ich in meinem LP. Großartig. Ah ja, stimmt. Äh, demonstriert. Er hat mich noch nie getroffen. Ach, ihm sieht komische Schatten. Ähm. Der hat noch nie getroffen. Er hat mich gerade getroffen. Er hat noch nie getroffen. Er hat noch nie getroffen. Er hat noch nie getroffen. Er hat mich gerade getroffen. Er hat noch nie getroffen. Ist das dein Ernst? Er hat mich gerade getroffen. Er hat noch nie getroffen. What the fuck? Verteil nicht dein ganzes Gold in der Erde. wenn ihr noch einmal sterbt melde ich euch bei friteusentausch friteusentausch frisurentausch wo ich mich eben verlesen habe also drügelbecher drügelbecher das skelett wurde bestochen ja ist doch so irgendjemand aus dem chat hat das skelett bezahlt dafür dass es so ist sonst ist das nie so ich kenne den seit jahren ich glaube ich möchte gleich den parcours da noch mal selber probieren gut aber du musst bereit sein mit den konsequenzen zu lesen zu lesen ja wenn wir wieder lesen müssen gleich das marco ist kaputt gegangen freitag abend freitag nee warte mal abends 21 uhr in deutschland andere leute haben gerade spaß ich habe gerade spaßt ja so ähnlich ne dieser schatten ist aber auch sehr komisch bester schatten meintest du den nach ihm oder aus ost freder was war das jetzt ich verstehe es nicht diese frau macht mich noch akkusüß bin der spacken der die nacht durch ackert bin der spacken der die nacht durch ackert gute nacht samt sie hallo johon pirate uns geht super ja kann man schon so siehst ja was wir hier tun wir haben einen großen großen fehler gemacht siehst du dieser schatten der verrät ja schon dass dieses level eigentlich gar nicht vorhanden ist das lager da nur in der luft schwebt nach wie vor leider keine aussage wie lange der stream geht wie immer eigentlich bisher woher sollen wir das auch wissen wir sind seit zwei stunden in diesem level der aus einem raum besteht ich glaube mit der tastatur geht die stelle schneller also weil es präziser ist weil du nicht dich erst drehen muss und so oder weißen knacken wir die acht stunden marken die wahrscheinlich eher nicht im letzten stream mal werde ich das halbe spiel durch bekommen und jetzt in dem stream vielleicht nur das level wer weiß no matter was soll das denn alles ja ich habe im urin dass ihr das jetzt schafft schreibt zu pacman wir wollen nicht wissen was pacman im urin hat warum haben wir eigentlich schon so viel leben verloren weil ich einmal runtergefallen bin weil sie sich nicht gehalten hat die frau hat sich nicht gut gehalten dieses spiel ja die humpelt doch jetzt wie sollen wir denn das jetzt machen sie springt immer noch gleich schnell aber ja wir müssen vielleicht einen schottelregel nehmen wir haben keinen mehr ach so dann oder doch ich glaube wir haben noch einen aber es gibt übrigens noch einen boss was 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 aber der wird wohl ein eigenes level das ist eine gute frage warum hast du maske auf ja ich probiere es ich probiere es ach das wird doch sowieso nicht auch Zeit aber sie läuft ach ja stimmt ja aber das können wir doch gar nicht schaffen wenn sie nicht schnell laufen kann sollen wir jetzt einfach laden ohne es zu probieren läuft sie jetzt wieder normal ja ok nein tut sie nicht du hast auf gehen gedrückt du bist grad gegangen ja gut aber warum sollte sie im gehen humpeln und im laufen nicht weil das irgendein dämlicher russenpatch ist vermutlich aber du musst den hebel noch ziehen ach so ja die Tür ist wieder zu hast recht so dann mal los ich freu mich schon yay ja von wegen sie läuft normal schnell oh oh Gott Gott